Jung ist normalerweise Trainer der Pauli-Amateure und hat Chancen, wenn denn der Erfolg kommt. Zweieinhalb Jahre Demut, viele Fans waren zumindest mit der Art und Weise der Entlassung nicht einverstanden. 18.000 insgesamt an der Lohmühle, nach 20 Jahren endlich wieder Pauli gegen den VfB. Und Lübecks Stürmer Jens Scharping, der war richtig heiß, denn der war fünf Jahre bei den Hamburger. Lübeck in den grünen Trikots in der ersten Hälfte von links nach rechts mit einem ersten Aufweger, denn hoppla, Scharping war beteiligt und Henssler war ganz schön übermutig. Das hätte schon nach drei Minuten ins Auge gehen können. Lübeck mit der erfolgreichen Mannschaft der ersten beiden Spiele. Kein Wechsel, wieder drei Spitzen und ein offensiver Weißhaupt dahinter. Sie wollte nach vorne spielen. Im Bizzo. Auf Scharping, schöne Körperdrehung und dann Wehrwold. In der elften Minute mit der ersten guten Möglichkeit für den VfB Lübeck. Das zeichnet sie aus. Schnelles, direktes Kombinationsspiel. Pauli wollte nach zwei Pleiten erst mal sicher und kompakt stehen. Aber das klappte nicht immer. Krasijewski, schlimmer Fehler. Weißhaupt dazwischen. Dann Scharping, muss er doch machen. Macht er nicht. In der 13. Die Gelegenheit für Jens Scharping. Den hatten sie völlig vergessen. Normalerweise geht er da aufs Tor. Und dieses Mal konnte der Neue bei Pauli Gruschka retten. Franz Gerbert, sportlicher Leiter, mit auf der Bank bei St. Pauli. Wenn's denn hilft. Wenn's denn hilft. In der Anfangsphase. Es spielte nur der VfB Lübeck. Pauli mit Makao als einzige Spitze. Kaczynski war gesperrt. Und Korpioweit, er hier, sollte mithelfen, dass es was nach vorne wurde. Aber es war nicht wirklich viel zu sehen von den braun-weißen in der ersten Hälfte. Inzeman, der U21-Nationalspieler der Türkei, sollte eigentlich das Spiel machen. Rakanel, Makao einsetzen. Aber so sah das dann meistens aus. Makao, wie fast immer, ziemlich traurig. Lübeck wollte die Führung. Scharpings Freistoß. Und das war ganz eng. Klasse Freistoß. Und Riesenparade auch von Simon Henssler, der weiter die Nummer 1 ist beim FC St. Pauli. Den hat er noch im letzten Moment an den Pfosten gelenkt. Und St. Pauli passiv. Viel zu passiv. Schauen Sie mal zu. Da geht keiner wirklich ran. Und dann wieder diese Kombination von Lübeck. Scharping, Bärwolf und dann Weishaupt. Auf den sollte sich eigentlich Rasiewski kümmern. Das tat er nicht allzu oft. Filipkowski sah, sein Team hatte Probleme, aber sie rückte nicht raus. Hecking konnte zufrieden sein. Nur die Chancenauswertung. Mal wieder das Problem bei den Grünen. Aber sie ließen sich nicht entmutigen. Mbitz auf Lasa. Der hat viel Platz. Grusche, der Neue mit dem Fehler. Und dann ist das Ding drin zum ersten Mal. Bärwolf jubelt. Aber Bärwolf jubelt umsonst. Nach 27. Minute. Es soll abseits gewesen sein. Hier. Schweißding war dran. Ich glaube, es war gleiche Höhe. Das Tor hätte eigentlich zählen müssen. Und dennoch, sie ließen sich nicht entmutigen. Sensationell die Leistung vom VfB. Sie gingen drauf. Sie gewannen fast alle Zweikämpfe. Und sie spielten auch noch richtig schicken Fußball. Da ist Krupke. Grusche mit dem Fehler. Der Neue bei Pauli. Und dann ist er drin. Von wegen. Halbe Stunde gespielt. Sie konnten es kaum noch glauben. Schon wieder so viele Chancen vergeben. Wie beim dünnen 1 zu 0 gegen Oberhausen. Und Scharping behinderte den Kapitän noch ein wenig. Möglichkeiten fast im Minutentakt. Pauli wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Freistoß Kullig. Und dann Schweißding mit dem Tor. In der 35. Minute war es dann soweit. Und wie sagt man so schön? Ausgerechnet. Jawohl. Ausgerechnet. Schweißding. Der war auch mal bei Pauli. Hat 40 Bundesliga-Gespiele gemacht. Und dennoch kein Grund, ihn so, so alleine stehen zu lassen. Da stimmt es überhaupt nicht in der Zuordnung. Und das war Schweißlings zweites Tor in dieser Saison. 18.000 aus dem Häuschen. Klappt sogar der dritte Sieg. Wo war eigentlich die Gegenwehr von FC St. Pauli? Sie wollten alles besser machen. Aber sie blieben fast alles schuldig. Weißer hat. Auf Krupke. Und da ist das 2-0. Es war so einfach. Und doch so gut gespielt. Daniel Behrwolf in der 40. Mit seinem zweiten Saisontor. Gruschtar rutscht vorbei. Und dann ist Adamu einfach nicht schnell genug. Nicht clever genug. Und Behrwolf mit dem verdienten 2-0. Zwei klatschen. Zweimal vier Gegentore für St. Pauli. Und jetzt schon wieder 0 zu 2 hin. Kommt da nochmal was. Markau setzt sich mal durch gegen Kulig. Markau. In der 45. Minute mit der ersten guten Gelegenheit für den FC St. Pauli. Das war ganz eindeutig zu wenig vom Team von Filipkowski. Ob sie in der zweiten Hälfte ran kommen, das sehen Sie gleich. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird eine ganze Menge passieren. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da. Zurück auf der Lohbühle mit dem 2-0 für den VfB Lübeck. Und das war der Jubel von Daniel Behrwolf. Jawohl, wir sind auf Kurs. Was war mit St. Pauli? Sie kamen aus der Pause und machten etwas mehr. 50. Minute, Freistoß, Rakanel. Und dann Torsten Traub aus dem Hintergrund. Und, naja, immerhin, sie zeigten noch, noch war nicht alles verloren. Es stand ja erst nur 2-0 für Lübeck. Scharping. Den hatten sie bislang noch einigermaßen im Griff. Dann die Flanke von Lasa. Wieder Scharping. Und da hinten Behrwolf völlig frei. Behrwolf 3-0. 51. Minute. Das ging wie am Schnürchen. Doppelpack vom Behrwolf. Und Hecking wusste, jetzt sind wir einen guten Schritt auf dem Weg zum nächsten Sieg. Graziewski sieht ganz alt aus. Und Henssler kann da wirklich nichts mehr machen. Drittes Tor für Behrwolf. 0-3 hinten. Da brannte bei einem so richtig die Sicherung durch. Ein ganz, ganz übles Ding von Ugo Inzeman. Und da gab es nur eine Entscheidung. Nach dieser Horrorattacke, rote Karte für den jungen Türken. Gut entschieden von Referee Kienhofer. Und schauen Sie sich das mal an. Der Zorn, der Frust in den Augen von Ugo Inzeman. Das war gewollt. Und dann gab es noch diesen Abschied. Auch das passte irgendwie zum FC St. Pauli an diesem Abend. 0-3 hinten. Da kann man sich ja eigentlich nochmal wehren. Aber sie ließen Lübeck weiter kombinieren. Adamu geht vorbei. Und dann Ibizzo. 4-0 in der 63. Minute. Jetzt wurde es langsam peinlich für den Bundesliga-Absteiger. Erstes Tor für Ibizzo. Kopio Weiz ließ ihn einfach mal machen. Der dritte Viererpack für St. Pauli in Folge. Und dann kam Shen Yang mit 10 Mann bei 0-4 eingewechselt. Das wünscht man doch seinem ersten Feind nicht. Lübeck durfte weiter wunderbar kombinieren. Ibizzo auf Schweißing. Einer der Besten heute. Und dann Bärwolf. Wieder Bärwolf. Aber wieder abseits. Zwei Dinger gemacht. Und zwei Abseits-Tore. Das schafft man auch nicht. Alle Tage. 65 Minuten gespielt. Das Ding war durch. Klar. Aber Lübeck hatte immer noch nicht genug. Daniel Schuhn mittlerweile eingewechselt. Der Neue aus Osnabrück. Und Simon Henssler war die arme Sau des FC St. Pauli an diesem Abend. Denn seine Vorderleute, die schauten einfach nur zu. Genießen Sie einfach mal diesen Angriff des VfB Lübeck. 19 Sekunden bis zum 5 zu 0 von Daniel Schuhn in der 71. Minute. Es wurde langsam einfach nur noch peinlich. Er konnte einem richtig leid tun. Holger Stanislavski, der Kapitän. Er hatte, das kann man schon vorwegnehmen, später Tränen in den Augen. Walk on, walk on, heißt es im Kultlied vom Millern-Tor. Aber das kann eigentlich nicht für die Aktionen auf dem Platz gelten. 5 zu 0 in der 71. Minute. Diese beiden Herren hier, Gerber und Filipkowski, ratlos. Sie wollten die Wende. Es wurde der gnadenlose Abschluss. Sie denken, das war schon alles von wegen. Der VfB Lübeck, der hatte immer noch nicht genug. Das war kein Spielfilm, das war eine Demontage. Der Freistoß von Hasse. 82. Minute, bei dem ging aber auch wirklich alles. Kam aus Aue, aus der Regionalliga und macht hier sein erstes Tor. Wenn Henssler in der Torwart-Ecke steht, dann hat er ihn vielleicht. Aber trotzdem, der Keeper von St. Pauli, er konnte am wenigsten für diese schlechte, mehr als schlechte Leistung. Erinnern Sie sich noch, vor einem halben Jahr gewann St. Pauli 2 zu 1 gegen die großen Bayern. Sie ließen sechs, sieben Stammspieler gehen und jetzt, sie stehen vor einem Scherbenhaufen. Katastrophal insgesamt die Leistung. Achilles hätte sogar noch ein siebtes machen können für den VfB Lübeck. Für den Aufsteiger aus der Regionalliga Nord. Schauen Sie in die Gesichter. Blankes Entsetzen auf der Ersatzbank des FC St. Pauli. Und die feierten, die feiern eine ganz heiße Party in Lübeck. 6 zu 0 gegen den FC St. Pauli, gegen den Erzrivalen aus dem Norden. Und sie hatten noch immer nicht genug. Pauli schenkte mittlerweile ab. Und Scharping wollte sein Ding noch machen. Nee. Jens Scharping vielleicht der Einzige, der ein wenig traurig war an diesem Abend. Denn gegen seinen alten Klub, da hätte er natürlich auch sehr gerne getroffen. Egal. Sie können es gerne glauben. 6 zu 0. Der Winter VfB Lübeck gegen den FC St. Pauli. Vielleicht eine der bittersten Stunden in der Vereinsgeschichte. Er konnte nichts dafür, der arme Filipkowski. Aber bei Pauli muss sich ganz, ganz viel ändern in den nächsten Wochen. Sonst geht es in die Regionalliga. Ohne Wenn und Aber. Respekt vor der Leistung des VfB Lübeck. Vielleicht geht ja doch noch ein bisschen mehr als der Klassenerhalt. Sie feiern eine Party. Und Rolf Fuhrmann sprach mit Gewinnern. Ich weiß natürlich, dass das eine ganz derbe Klatsche war. 1 zu 14 Tore, kein Sieg. Was geht jetzt in Ihnen vor, direkt nach dem Schlusship? Ich glaube, die Frage brauche ich nicht beantworten. Ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, was in einem vorgeht. Wenn man am Tiefpunkt angelangt ist, das war heute der Tiefpunkt. Ich hoffe es zumindest, weil für mich persönlich war es absolut der Tiefpunkt heute. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür? Nicht zu sagen, der Trainer hat uns versucht gut einzustellen. Für den Trainer tut es mir leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Für die Zuschauer tut es mir leid. Was bei uns im Moment los ist, ist einfach desolat. Und wenn wir das nicht schnell absteigen, dann sind wir zur Halbserie abgestiegen. Die Fans, alle glaube ich, haben Angst um den FC St. Pauli. Dass er durchgereicht wird. Gibt es da eine Hoffnung? Also jetzt, direkt nach dem Spiel, nach so einer Klatsche, kann ich nicht von Hoffnung reden. Da kann ich nur sagen, das war desolat, das war katastrophal. Es muss ja weitergehen. Wir können dann jetzt nicht sagen, wir melden die Truppe ab. Obwohl das wahrscheinlich momentan das Beste wäre, so wie wir Fußball spielen. Aber wir müssen uns irgendwie zusammenraufen. Wir müssen irgendwie versuchen, dass wir... Wir haben es das in den ersten Mal in den Spielen auch schon gesagt. Wir wollen nicht mehr so desolat spielen, so katastrophal. Das war jetzt nochmal ein Höhepunkt obendrauf. Trotzdem, mit Filip Kowski? Klar, was kann nicht. Ich glaube, kein Trainer der Welt, kein Moment da was dafür, wenn man so beschissen Fußball spielt. Das hat auch mit Fußball nichts zu tun. Ich schäme mich für den Beruf Profifußballer momentan. Schäme ich mich für. Dankeschön.